Hallo Fans, großes Chelsea-Talent kommt zum BVB, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema. Borussia Dortmund ist auf dem nun offenen Transfermarkt auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger. Es mehren sich die Anzeichen, dass Chelsea's Ian Marzen-Gegenstand der Begierde des BVB ist, laut BILD befindet sich Borussia Dortmund in fortgeschrittenen Gesprächen mit Marzen. Das Boulevardblatt berichtete vor einigen Tagen, dass der 21-Jährige eine der Hauptoptionen der Aure Negros sei, der Marktwert von Marzen wird auf rund 20 Millionen Euro geschätzt. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.